Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmerunde, Anno 1800. Ah ja, wie in den letzten Folgen und bei den letzten Malen schon wieder auf den letzten Pfiff und mal so schnell eingeschoben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal dazu kommen werde, das entspannt so viel zu spielen, wie ich gern möchte. Das wird schwierig. Ja, nichtsdestotrotz sind wir wieder da. Ich muss jetzt gleich mal gucken, was wir gemacht hatten. Ich glaube, wir sind ein bisschen aufgestiegen und ich glaube, wir brauchen viel neues Zeug. Und da werden wir uns heute mal ran, was die Ingenieure so brauchen und wo wir das auf welchen Inseln finden. Und ob wir gegebenenfalls sogar eine neue Insel machen müssen, um alle entsprechend zu versorgen. So, dann gucken wir mal einer an. So, das ist ja wieder BASD, funktioniert ja wieder nicht. So, hier sind wir auf unserer Kulturhochburgstadt. Gut, da sehen wir auch schon die Ingenieursgebäude. Ja, die Ingenieure brauchen. Brillen. Kaffee. Kaffee müsste eigentlich schon da sein. Ah ja, 700, siehst du, da ist genug da. Wir gucken mal auf die Handelsrouten. Wir bauen wohl Stoff und Pelzmäntel. Des Weiteren würde ich eine Kaffee-Route machen. Äh, Chart-Route. Von der Neuen Welt. Und zwar dieser in... Achso, ich muss jetzt den Rohstoff anklicken. Wo ist Kaffee? Ah, da ist Kaffee. Von hier. In die alte Welt. Erstmal nach Pressburg. Alles, was es geht. Chart-Route. So, okay. Also, wir brauchen Brillen. Kriegen wir denn? Machen wir so... Machen wir Bauern zu wenig. Und zwar nicht zu knapp. Zu wenig. Ah, es steigt okay. Die Feierlichkeiten sind beendet. Alles finde ich schlimm. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Besucherkreis. Wir könnten eigentlich... Pass auf, das machen wir mal. Wir machen mal hier so eine kleine Bauernstadt. Aber dazu... Bringen wir erstmal Steine in Massen hierher. Wo ist die Doppelkanne? Doppelkanne fährt mal hier rüber. Und so lange gucke ich mal... Was die... Brillenproduktion so braucht. Okay, Glas durften wir ja haben. Denke ich. Ah, noch nicht so viel. Mal, da haben wir ein so ein Glasding. Da setzen wir erstmal hier noch eins mit dran. Und machen hier noch so ein paar... Quarz halten. Ähm... Wir brauchen unbedingt Bauern. Können wir hier schon mal anfangen. Was haben wir denn hier am Konto? Nichts. Okay. Ach, guck, hier ist schon ein Klipper. Waren. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Und dann... Ein neuer Auftrag? Ja, ein neuer Auftrag. Und dann geht's immer ab, die wilde Fahrt. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen... Ähm... Denen geht's gut. Denen geht's gut. Die haben auch alles. Ich weiß nicht, warum wir nur minus acht haben. Haben wir so viel dazu gebaut in der letzten Folge. Mit Schweinen haben wir ordentlich losgelegt. Das weiß ich noch. So, unsere Kriegsflotte, die irgendwann ausgebustert wird, um durch Dampfschiffe ersetzt zu werden. Hier haben wir unseren Ölhafen. Der ist bald voll. Das heißt, wir können irgendwann hier eigentlich mal elektrifizieren. So, jetzt gucken, wo wir den Ölhafen hinbauen. Würde sich ja hier eigentlich anbieten. So, Ingenieur. So, ja, ja. Gucken wir mal. Kraftwerk. Alles wunderbar. Hervorragend. Gut. Schauen wir mal auf jetzt. Nervs nehme ich ein bisschen. Kupfermine. Ist das Kupfer zufällig? Zehn Stahlbeton. Okay, das haben wir noch nicht. Aber Kupfer hätten wir hier. Was haben wir hier? Zinkmine. Die haben wir hier nicht. Also Zink haben wir hier nicht. Haben wir hier Zink. Ja, wir haben hier Zink. Dann haben wir hier schon mal Zink. Sinden hier die Pähnchen. Das ist schon mal richtig. Reicht das denn? Dann können wir Zink dann wieder rüber verschiffen. Gucken wir mal, hier ist der Klipper da. Machen wir mal den ganzen... ...Babel hier rüber. So. Erstmal... ...einen Marktplatz. Ich glaube, ich werde hier so Links runter bauen. Dass hier quasi der Mittelstrang wird. Eins runter, Herr Doktor. So. So. Hier lang. Bauen wir hier runter. Bauen wir hier runter. Bauen wir hier runter. Was soll man hier eigentlich... Können wir noch Bier machen, tatsächlich? Perspektivisch. Drei. Drei. Jetzt ist es nur 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 Drei. Jetzt müssen wir den Strasen. Wovon denn? Achso, wir hatten eine Krankheit irgendwo auf einer Insel. Okay. So. Dann müssen wir auf jeden Fall eine Handelsroute aufbauen. Ich gucke erstmal, haben wir überhaupt noch... Wer haben wir denn Klipper eigentlich? Handelsroute. Route einrichten. Handelsroute. Hier haben wir Schnaps. Torea ist der Klipper. Laden in Pressburg ein. Schnaps. Nehmen. Und... Kleidung. Da brauchen wir uns da nämlich erstmal nicht zu bemühen. Und bringen das hier her. Laden dort beides aus. Ah ne. Fischer können wir hier direkt machen. Da brauchen wir nicht... groß rum opern. Vielleicht nicht direkt hier. Eher hier unten. Beziehungsweise mal gucken. Und nochmal da. So. Mal wie man hier... zurecht kann mit den Fischerhütten. Drei sollten erst mal reichen. Guck mal hier. Hier kriegen wir sogar noch ein Lagerhaus hin. Geht auf die Fähnchen gucken, ob das alles richtig rum ist. Das ist natürlich nicht. Mhm. Mhm. So. 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 Und so. Gut. Dann haben wir den Marktplatz hier. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Filshaus. So. Und wir brauchen eine Feuerwehr. Gut. Dann fängt das hier schon langsam mal gut an. Ähm. Gut. Eine Kirche. Äh. Fehlt mir Holz. Ah. Okay. Dann brauche ich erstmal Holzfäller, weil das können wir hier auf jeden Fall einrichten. Ähm. Holzfäller. Hier oben ist mir zu nett für Felder und so. Eigentlich alles richtig nett für Felder und so. Machen wir das vorübergehend erst mal hierher. Drei. Strassen. Wir bauen trotzdem mal eine Blaupause. Dann kann ich zumindest schon mal sehen, wo ich hier die besten Anschlussstellen machen kann. Nein. Ja. Da kommt ja ein Lagerhaus hin. Die Doppelkanne müsste ja jetzt hier oben sein. Dachte ich. Wo ist denn? Doppelkanne. Hier hat der Stahl für hier unten dabei, ne? Dann bringen wir erstmal den... Wir haben vielleicht einen Stahl los. Ich fürchte nicht, wa? Nee. Muss man leider einmal... Ausschmeißen. Hallo. Die Waffenruhe wurde beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Mhm. Ähm. Pelzmäntel wird geladen. Diese Wagen kann nicht geladen werden. Das Lager ist leer. Kann das so gedruckt werden? Das weiß ich noch nicht. Plünzen doof. Okay. Mal raus. Oh nein. Hol mal in die Zeitung. Da wollte ich mich verarschen oder was? Umknappheit. Weiß wie Schnee. Rot wie Blut. Manchmal ist weniger mehr. Jaja. So. Ähm. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Hier wird Glas gemacht. Und hier Zement. Ein guter Zug, Schätzchen. Wie sieht's denn aus mit Zement? Eins. Okay, das steigt. Wir könnten im Prinzip noch ein Zementwerk bauen, ne? Betonwerk. Aha. Lass wir die Produktion mal ein bisschen anheizen. Dann gucken wir mal hier, was wir hier am Beton haben. Wo werden denn die Pelzmäntel eigentlich gemacht? Nähmaschinen? Pelzmäntel. Der produziert auch die Sau. Brauchen die so viele Pelzmäntel? Oh, du bittersüße Melodie. Der hat alles. Der hat auch rum. Ich schwanke zwischen Zufriedenheit und Bestürzung. Hm. Frag mich mal. Können wir hier denn... Wir haben... Tierfälle haben wir genug. Davon haben wir auch genug. Da könnten wir im Prinzip ja trotzdem... ...noch ein drittes bauen. Dann setzen wir die mal runter. Achso. Dann haben wir wieder Dekobäume gebaut wie ein Weltmeister. Mh... Mh... So. Vielen Dank. Jetzt gucken wir mal wieder hoch. Genug davon allen haben. Okay. Achso, ich will ja hier. Ähm... Wir hatten hier transportiert Schnaps und... Hier. Was heißen die Insel eigentlich? Diebehorst. Ja, da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Das wird nicht Diebehorst. Das wird... Ähm... Das wird Klingenhorst. Also... Klee. Und den Klingenhorst laden wir mal hier noch ein. Zumindest mal für eine Weile. Entladen das ja auch. Annehmen. Spielstand gespeichert. Dann fährt er aber trotzdem mal schon mal runter zum Stück Stahl. Warum sind denn so wenig Bauern da? Das verstehe ich nicht. Weil ich hier... Was so ausgeweitet habe. Was haben wir hier? Wir haben so viel. Dann downgraden wir hier mal. Bis auf den Punkt, dass du jetzt leider wieder Bauer wirst. Die ist schon... Ja, so. Alles im Lot, sag ich mal. So. Wir müssen uns wieder 47 bauen. Das können wir hier erstmal so lassen. Das ist alles noch im Lot. Wie gesagt, hier bekommen wir ja dann... Hier geht's ja dann richtig zur Sache. Was haben wir denn jetzt Holz? Natürlich nicht. Haben wir wieder super angefangen, Herr Friedelmann. Läuft. Lass mal einen schönen Schluck Kaffee da. Der Frühjahrmorgen. Sonntagmorgen. Ach, 1.18 Uhr ist noch Zeit. So, dann haben wir das. Wir können ja trotzdem jetzt schon mal die Bretterbuden hinbauen. 1 und 2. Da das verschoben wird, ist mir das erstmal egal, wie es aussieht. Ach, jetzt bringt die das doch automatisch von da hin. Stimmt, wenn es ganz in der Nähe ist, können wir vielleicht sogar Bretter perspektivisch wieder runternehmen. So. Können wir schon mal Stahl hierher packen. 1 zumindest. Dann fahren wir hier runter, weil hier braucht man Stahl. Ich weiß bloß nicht mal wofür. Haben die denn alles? Die haben... Brot fehlt denen. Das ist ja grotesk. Haben wir denn... Mehl, Getreide nimmt zu. Dem Brot fehlt. So, das schwankt immer so ein bisschen. Naja, bestimmt, weil ich hier exportiere. Deswegen braucht die Stahl. Ach du Kack. Deswegen braucht die Stahl. Ähm. Deswegen fehlen mir auch die ganzen Bauern. Mach doch mal Trieb jetzt. Doppelkanne, wo bleibst du? Doppelkanne. Ich suche dich. Na gut. Äh. Nicht sehr gut. Du bist noch sehr weit weg. Uiuiui. Ja, und sonst so? Hm. Sie brauchen bringt ein Lagerhaus. Ja, wenn ihr euch beeilt, habe ich auch ein Lagerhaus. Zehn. Das ist null Holz. Ach so, das muss ja dann abgeholt haben erst. Ne, Doppelkanne. Ne, doppelkanne. Schön, verseuchtes Schiff. Vorragend. Oh, ist das nervig. Scheibenkleister. Doppelkanne, wir brauchen dich. Zieh, Junge. Bis du die Finger siehst. Okay, hier hat man ein zweites Zementwerk. Das heißt... Ich würde schon gerne mal... Ach, geht. Hervorragend. Attraktivität, die ihre Stadt hat abgenommen. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Kupfer. Das haben wir ja zweimal. Wo ist denn das? Eins. Ah, und da noch. Hervorragend. Da reicht es natürlich nicht mehr. Schöne Steinstraßen. Und das ist hier mal ein bisschen... Du regelst das. Und zwar endgültig. Ich weiß das zu schätzen. Schätzchen. Hm. Ja, aber wo ist das? Gespeichert. Hallo? Wo ist denn die Lieferaufgabe? Müsste das nicht hier sein? Ach, hier ist es. Was will denn die haben? Irgendwas soll ich für einen Barrels-Mongro-Hafen abholen? Wo der Deck befindet, ist meine Sache. Nicht deine, Schätzchen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Lauf die A2 sein, ne? Aber wo ist denn eigentlich... So, was soll ich zum... Holen sie von Leuchte? Ja, dann machen wir das mal so. Aber wir müssen wieder zurück in die alte Welt, weil da, äh... Steppt der Bär. Da gibt es die Pest. Da sind viele krank. Ei, ei, ei. Fug dir das mal an. Oh, da kommt endlich die Doppelkanne. Hallo? Eins. Zwei. Und aufwärts. Äh, schneller. So, dann machen wir hier mal ein bisschen, dass hier mal Vollgas passiert. Ist der Ausbau auch schon drin? 20 Steine fehlen mir da. Okay. Alles bereit. Gut, wir haben... Wo ist ein Klee? Hier ist Klee. Ähm, nehmen wir das mal weg und laden dafür Steine ein. Weil das wird noch eine Weile dauern zum Abtransport, dass wir hier welche bekommen. Holz haben wir jetzt erstmal. Kann man die hier neben schon mal bauen. Wunderbare Arbeitskräfte da. So. Das erweitern wir dann natürlich noch. Arbeiten die jetzt schon? Ja. 14 Sekunden, dann kann ich noch eine Truppe raushauen. Hm. Zwischenfeiern und Umgebung. Immobilisieren. Okay, wir gucken jetzt mal. Die brauchen bestimmt auch rum. Was haben die? Eine Universität haben sie nicht. Den Rest haben die aber. Was bei den Dudes? Wo ist hier eine Rumknappheit? Ich verstehe das nicht. Der Besucher-Kai ist rammelvoll. Ja, die Häuser stehen nach der Epidemie leer. Das kann man ja ändern. Danke. So. Und wir kriegen auch gleich wieder Arbeiter. Sehr gut. Vor allem, wenn die dann wieder vollziehen. Gut, das haben wir hier. Wir können, damit die Steinversorgung auch selber klappt, hier das hinmachen. Wir haben 30 Sekunden und eine Minute. Das heißt, wir können zwei so eine Dinger bauen. Du bist ein echtes Vorbild für meine Täubchen. Leider erst mal so machen. Zehn Holzfäne mehr. Ne, gut, die sind ja gleich da. Das ist ja nicht so dramatisch. Das ist ja nicht so dramatisch. Das ist ja gleich da. Verschwert euch nicht. Ich habe es gerade gebaut. Wo ich ihn jetzt wieder finde. Spielstand gespeichert. Also muss ich auch nur die Welt weg sein, ne? Neue Welt. Achtung! Admiral anwesend! Holen sie von... Immer dieser Nervenkitzel, wenn alles glatt geht. Jaja. Wie fahren sie... Mehr als bereit. Wo soll ich hin? Okay. Easy. GG, easy. So, jetzt gucken wir mal. Waffenstellstand da, wo da noch eine Weile. Verträge. Möglich. Möglich. Geschenk anbieten. Nahezu sicher. 26.000. Machen wir. Das behalten wir schön für uns. Ja, ja. Mach das schön, Meißchen. Ähm. Nein, das wollte ich nicht tun. Sondern, das wollte ich auch nicht tun. Sondern, ich wollte in die alte Welt. So, das läuft jetzt ja auch. Gut. Mehr weitere Arbeitskräfte-Expansion. Nein. Verrutscht mal einmal mit der Maus, ey. Meine Maus hat's gerissen. Muss ich jetzt erstmal einschicken, weil da ist noch garantiert drauf. Eins, zwei, zwei. Das kann man ja eigentlich mit so einer schönen Selbstversorgerinsel machen. Die haben hier Kartoffeln. Also hier gibt's auf jeden Fall, ähm, Schnaps machen wir hier. Wir können Getreide nicht machen, ne? Nee. Brot müssen die geliefert bekommen. Aber auch Schnaps und Bier können wir hier machen. Eigentlich können wir kein Bier hier machen. Wir könnten höchstens Hopfen exportieren. Und ob ich das mache, dass sich das lohnt. Oh, ich kann bei Klee die Steine, glaube ich, wieder rausnehmen. annehmen. Muss aber natürlich mal gucken. Wo ist der Klipper? Der ist gerade leer. Sehr gut. Kann ich das hier nämlich zu Steinstraßen machen? Ganz im Sinne, in einem Zeitalter, da brauchen wir jetzt hier nicht mehr mit Feldwegen rumarbeiten. So, die machen Holz, die machen Steine. Dann hauen wir hier weiter Bauernhäuser raus. Ja, dann überleg's dir doch und mach was anderes in deiner Freizeit. Ich würde dir Häkel empfehlen. Bauernhäuser. Da muss man kein... Gut, können wir denn hier... ... ... Pendler, keiner braucht. 40 Fenster, 30 Beton. Doppelkanne. Beton und Fenster haben die alle hier nicht. Dann fahr ich mal hier hoch. Was ist denn hier? Was wollen denn die? Oh, für den Geschmack von fernen Ufern und fremden Lippen und den eleganten Schatten feingliedriger Blätter. Doch kann ich mein irdisches Gefängnis nicht verlassen, dieses Paradies zu sehen und sei es nur auf einem Standbild, würde mir der Atem auch. Was soll denn der haben? Der will Tabak oder so und das pflanzen wir noch nicht an. Das können wir leider nicht machen. Dann muss ich mich wohl selbst an die Arbeit machen. Ja, das wäre vielleicht mal eine generell gute Variante fürs Leben. Freund Blase. Ja. Ja. Genau. Ich würde mich isen. Untertitelung des ZDF, 2020